Um sich langfristig im Finanzsegment, Finanzdienstleistungen, Investments, überhaupt zu etablieren, ist es A, also es sind drei Merkmale, die wichtig sind. Punkt Nummer eins ist immer das Thema Akquise. Wer heutzutage akquirieren kann, hat schon mal einen riesen Vorteil, weil die meisten Vermittler draußen und Berater haben einfach immer Angst zu akquirieren. Ob Telefonakquise, Direktkontakte, die meisten haben Aquaplaning am Telefon, bekommen einfach Angst. Also wer heute kein Problem hat mit Kundenakquise, hat schon mal einen riesigen Fortschritt und ein riesiges Merkmal, was erfüllt ist. Das zweite ist das Thema Empfehlungnahme und Referenzen. Mit unserem Konzept, wie wir es aktuell haben, bekommen wir Referenzen von zufriedenen Mandanten, ohne dass wir danach fragen müssen. In der Branche ist es gang und gäbe, dass man so bohren muss und so nach Empfehlungen nachfragen muss, dass viele Angst davor haben vor Ablehnung und lieber sagen, ich habe den Kunden in der Tasche, gehen ohne Empfehlungen raus und ich sage immer, ein Mandant ohne Empfehlung ist ein schlechter Mandant. Warum? Weil auf der einen Seite, der Vermittler muss ja sein Geschäft weiter ausbauen und expandieren. Das funktioniert nur über die Empfehlungsnahme, sonst muss er immer wieder neu akquirieren. Und mit dem Konzept, wie wir es fahren, bekommen wir Referenzen, ohne dass wir danach fragen müssen. Und das dritte, wenn jemand zum Beispiel vertriebaktiv ist, ist das Thema Mitarbeiteraufbau, Geschäftspartneraufbau. Und dazu gehört es natürlich auf der einen Seite, dass man Fähigkeiten hat, mit Menschen richtig umzugehen, die zu fördern und vor allem, dass man auch das vorführt, was man von den anderen fordert. Und mit dem Konzept, wie wir es haben, ist es sehr, sehr schnell duplizierbar und einfach umsetzbar. Und deswegen haben wir da einfach eine sehr, sehr gute Multiplikation. Und somit beherrschen wir diese drei Faktoren und sind damit einzigartig am Markt, um das Geschäft weiter auszubauen.